Glykogen, das Polysaccharid, das der Speicherung von Glucose liegt. Es hat eine kompakte Struktur, sodass es in großer Menge in Zellen für die spätere Nutzung gespeichert werden kann. Die Leber ist das Organ mit den größten Glykogenreserven. Deswegen Gratania-Cramelia-Stütztherapie, Pippi. Wichtig zum Beispiel für ihre Leistungsfähigkeit im Sport. Untertitelung des ZDF, 2020